Hm? Was macht denn der Typ da mit seinen Schwertern? Rämpina, jonesu! Konnichiwa! Ist das der? Von vorhin? Dann mal los. Der Weg ist frei. Ja. Mann, der Typ ist vielleicht stark. Dabei ist er noch nicht mal der Kapitän der Piraten. Hey, wartet mal, wartet mal! Zur Seite, du komisches Rentier und du dusseliger Schwertverbieger! Was will der denn jetzt? Ihr Kaspernasen, wenn hier einer den Weg für Namilein frei macht, dann bin ich das! Aus dem Weg! Spinnst du? Hey, was habt ihr denn für Probleme? Du bist wohl lebensmüde! Halt die Klappe! Du siehst doch selbst, dass Namilein meine Hilfe braucht! Hier entlang, Namilein! Halt dich immer nur an mich! Hey, Sanji! Ich dachte, wir wären hier, um Robin zu retten! Robin, du meine Güte! Wahrscheinlich wartet sie schon darauf, dass ich sie befreie! Hoffentlich weint sie nicht vor lauter Einsamkeit! Oh je! Halt! Zorro hat sich schon wieder verlaufen! Halt, Zorro, bleib stehen! Hier geht's lang! Hä? Ich hab gesagt, wir nehmen die Treppe, das kann doch nicht so schwierig sein! Träumst du eigentlich? Sei still, du hast mir den Weg noch nicht richtig erklärt! Ach, ist das jetzt meine Schuld! Zorro, ich glaub, ich muss dir Tabletten geben! Die gegen Blödheit! Gegen Blödheit? Wieso? Robin, du Chopper! Geh ruhig, dein Retter nackt! Gib Sanji auch welche! Ähm, okay. Der hat sie bestimmt auch nötig. Und diese Chaoten sollen unseren Frankie befreien? Wenn es ernst wird, sind sie bestimmt zur Stelle! Denk ich mir mal. Hoffentlich. Wär doch möglich.